Erfolgreich qualifiziert mit einer zukunftssicheren Weiterbildung durch das Studium zum Industrietechniker Maschinenbau am TA-Bildungszentrum. Der hochwertige Abschluss bereitet ganz konkret auf die Anforderungen im Beruf vor. Wie sieht die Industrie von morgen aus? Welche Technologien werden uns begleiten? Und welche Rolle spielt dabei der Mensch? Spannende Exkursionen bereichern den Unterricht, beispielsweise zur Smart Factory UWL. Hier demonstriert den Studierenden die Fraunhofer-Gesellschaft zusammen mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe das Konzept Industrie 4.0. Im Fraunhofer-Institut hier in Lemko sind wir, weil der fertigungstechnische Bereich hier sehr umfassend dargestellt wird. Der am TA-Bildungszentrum entwickelte Industrietechnikerlehrgang steht exemplarisch für diesen neuen praxisorientierten Wandel in Lehre und Beruf. Bei diesem Lehrgang Industrietechniker Maschinenbau geht es vor allem darum, das, was theoretisch an Wissen vermittelt wird, letztendlich in der Praxis einmal darzustellen. Das heißt, es geht um anschauliche Beispiele, dass die Lehre nicht theoretisch bleibt, sondern dass man das eben anhand von Modellen, anhand von Projekten im Bereich Steuerungstechnik, im Bereich Fertigungstechnik, dass man an den Stellen, wo es möglich ist, Praxisbezug bekommt, dass die Teilnehmer eben ihr Wissen auch wirklich anwenden können in der Praxis. Intelligente Systeme und selbstkonfigurierende Anlagen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft entwickeln die Fabrik der Zukunft. Werkstücke, die über das Band laufen, teilen selbst mit, wohin sie wollen. Industrie 4.0 ist die Verschmelzung von virtueller und realer Welt. Anwendungsbezogen bekommen das die angehenden Industrietechniker dargestellt. Mit Robotern, die Zauberwürfel von selbst lösen, automatisierter Lagertechnik und, ganz plastisch, mit Popcornmaschinen. Sie haben hier die Möglichkeit gehabt, Industrie 4.0 Technologien zu erlernen. Über Sensorik, über Arktorik und über selbstlernende Systeme. Als Kooperationspartner führender Industriebetriebe und renommierter Hochschulen wird das TA-Bildungszentrum auch zukünftigen Semestern ein Studium ermöglichen, das kompetente technologische Fachkräfte ausbildet, praxisnah und einen Schritt voraus. Untertitelung des ZDF, 2020